Hey Beauties! Welcome back to my channel! Das ist überhaupt nichts besonderes. Ja, ihr kennt mich ja jetzt vielleicht von den letzten Videos ein bisschen. Und da habe ich euch erklärt, dass ich jemand bin, der sehr gerne ausprobiert und austestet. Und so war es natürlich auch mit meinen Shampoos und Kuren. Und egal, es war teuer, es war billig, es war von Deutschland, es war von Amerika. Ich habe alles getestet. Und bei meiner Haarroutine bzw. bei meinen Haar Essentials ist das krasse, dass es eher einfache Produkte sind, die für mich und für meine Haare am besten wirken. Und ich freue mich schon, mit euch die Trigger zu erleben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar mit dem Shampoo. Und zwar nutze ich da von L'Oreal Paris Hydra Hyaluronic. So sieht das aus. Das gibt es noch gar nicht so lange. Davor habe ich dieses Orange Chanel benutzt. Auch immer von dieser El Vital Reihe. Und das Shampoo ist der Burner. Weil ich habe das Gefühl, dass meine Haare immer, also die fühlen sich nie ausgetrocknet an oder spröde oder trocken. Also ein tolles Shampoo. Und wie gesagt, ich habe wirklich schon eine Menge Shampoos probiert. Und es war um Gottes Willen alles keine schlechten Ergebnisse. Aber diese Reihe hier machen einfach die schönsten. E-Vital Shampoo Wir können auch noch kurz gucken, was hinten drauf steht Dehydriertes Blatt des Haars Das können erste Anzeichen fehlender Feuchtigkeit sein Unser Feuchtigkeitsspendendes Shampoo müllt sofort die Haarfasser Und füllt das Haar mit Feuchtigkeit auf für bis zu 72 Stunden Genau, also das schreiben Sie mal hinten drauf Und ich würde momentan kein anderes verwenden Genau, und dazu nutze ich natürlich die passende Spülung Das ist diese hier Und zwar ist das die feuchtigkeitsversiegelnde 72 Stunden Spülung Schließt die Feuchtigkeit ein und entwirrt das Haar ohne zu beschweren Genau, das ist die Spülung dazu Dazu schreiben Sie die Kraft der Formel von Hyaluronsäure Dieses natürlich im Körper vorkommende Molekül bindet das tausendfache seines Gewichts an Wasser Und hilft das Haar wieder aufzubeustern Ihr seht, ich habe jetzt von Grund auf nicht gerade die dicksten Haare Deswegen ist für mich Aufbeustern nie schlecht Und genau, die Spülung dazu nhai, bis zu wenig ohne Sauber Das ist das Bombe Bloom Beste Spülung. Übrigens, ich wasche immer meine Haare. Dann tue ich mir die Spülung in die Spitzen. Und dann kommt bei mir, ich mache das nur einmal die Woche. Ich glaube sogar, man sollte es auch nicht öfter machen. Also einmal die Woche mache ich mir noch eine Kur in die Haare. Was soll es anders sein? Die habe ich natürlich auch von Elvital, die Kur. Und die muss ja dann immer, ich glaube so 10 bis 15 Minuten. Oh, nee. Die muss dann immer 2 bis 3 Minuten sogar nur einwirken. Und wenn ich dann diese Kur ausgespült habe, tue ich nochmal kurz Spülung auf die Spitzen. Ich habe mal bei so einem Bericht gelesen, dass die, diese Kuren, die machen die Haare auf. Und genau, also die Kuren machen die Haare auf. Und die Spülungen verschließen die Haare wieder. Und habe nämlich mal ein Friseur geschrieben, dass man nach so einer Kur am besten nochmal so eine Spülung drauf gibt, dass die Haare wieder zu sind. Genau. 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 Okay. Diese Serie riecht auch noch so unwahrscheinlich gut, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich verstecke die ganze Zeit meinen Finger, wo mir gestern mal wieder Nadel abgebrochen ist. Genau, also das ist dann quasi die Kur. So meine Süßen, jetzt habe ich noch eins von der Reihe, aber dann reicht es auch wieder. Und zwar, wenn ich dann aus der Dusche komme oder aus der Banne, dann lasse ich meine Haare immer nur so ein bisschen im Handtuch drin, dass sie trocknen. Und dann sollte man ja auf gar keinen Fall mit dem Handtuch so die Haare reiben. Die Haare sollten am besten so ein bisschen selber schon angetrocknet sein. Normalerweise sollte man auch nicht die Haare im nassen Zustand kämen, aber da kommt man einfach nicht drum rum. Also ich nicht, ich habe die Zeit gar nicht dafür. Und deswegen, ich muss ganz schnell was drehen. Und nochmal, mein Hals. Sorry. Ähm, genau. Und auf jeden Fall, ich mache das Handtuch dann weg. Dann tue ich mir so ungefähr den Scheitel nach, den ich gerne hätte. Und dann sprühe ich hier dieses Zaubermittel noch drauf. Und zwar ist das von Avital auch von Hydra Hyaluronic aufpolsterndes Feuchtigkeitsserum. Polstert auf und definiert das Haar mehr Feuchtigkeit ohne Rückstände. Und zwar tut man das ins nasse Haar rein. Ich glaube, man könnte es sogar auch ein bisschen ins trockene reintun. Ich mache es jetzt immer ins nasse, gerade auf die Spitzen. Und dann nehme ich meine Bürste und käme meine Haare. Was bei mir ist. Aber das habe ich schon immer, seit ich glaube ich denken kann. Meine Mutter hat das immer gehasst. Weil sie immer sagt, du bist krank. Aber ich hasse es, meine Haare zu föhnen. Also ich föhne meine Haare wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss. Und wenn ich jetzt Stress habe und ich muss dann irgendwo hin. Aber ansonsten lasse ich meine Haare immer Luft trocknen. Und wie gesagt, dann haue ich das Spray rein. Ich käme meine Haare. Und das war's dann. Das Spray ist so, so, so toll. Er riecht unwahrscheinlich gut. Für meine Haare super. Und ja. Und ja. Ich würde sagen, wir sprachen auch mal. Ich hoffe, das passt mit der Sensibilität auch. Das riecht super. Mir fällt jetzt erst auf, ich atme bestimmt voll laut. weil meine Nase ist noch ein bisschen zu. Und ja. Und ich finde, da atmet man dann immer so unangenehm. Für sich selber nicht so. Aber jetzt für andere. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Also, wunderbar für Spray. Und dann kommen wir noch zu zwei Produkten. Ich habe die jetzt auch einfach mal mit rausgelegt. Weil das einfach, ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt meine tägliche Haarroutine. Aber es gehört auf jeden Fall dazu. Und jetzt mit den zwei Produkten gibt es eigentlich nichts mehr, was ich sonst für meine Haare verwende. Und zwar einmal noch. Das ist für mich... Oha. Der ist ja voller Staub hier. Ja. Der staubt manchmal ein bisschen ein bei mir. Weil... Das Problem ist, ich glätte meine Haare sehr selten. Erstens, weil es mir zu lange dauert. Ich bin echt ein Faul hier in gewissen Situationen. Und zweitens habe ich von Natur aus schon relativ glatte Haare. Und wenn ich sie dann muss, natürlich ein Hitzeschutz her. Und dann nutze ich einfach einen von Klossmann Isana Style to Grey Hitzeschutzspray. Glanzfinish, wirkt wie ein Schutzfilm. Und genau. Den tue ich mir dann auch mal ein bisschen in die Haare. Gehen die durch und dann glätte ich die erst. Gehen die erst. Dann schaffe ich mich und zwar Snowden. Man mutt wie immer einen Fall sehr Mormon knows, Frauen, Grad undullen. Und sollte ich nur qualifying mit den Haare verachtet werden. Puh p created und mussteную plasma schwarzate. IchRob fühle dich dann. Entscheid ich war mir wie sechs man. Ich包 darauf, einfach... es mache ihn einfach nur kurz glatt. Und das war mir so schnell gemacht. Das wird euch sicher auch nicht lange. lar? Ich weiß noch nicht leer dir. Tschüss auch дорогas. Peee Logicкраgskoch. Ich rais, Gut. Und als letztes bei hier sind die ganzen Staub-Elemente von der Hitze-Spray. So, meine Lieben, und last but not least kommt bei mir natürlich auch immer der Haar-Spray. Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber wenn ich meine Haare nicht gerade offen habe, sondern mir einen Zopf mache oder einen Dutt oder sonst irgendwas, ist egal, dann fliegen bei mir alle Haare immer raus. Ich habe nämlich überall, wo man sie nicht haben möchte, habe ich so Babyhaare. Und das sieht dann einfach blöd aus, deswegen brauche ich für mich immer ein Haar-Spray. Und da habe ich auch schon ein paar durch und momentan nutze ich den von Balea, also von DM. Der ist mit Kreatin- und Volumen-Haar-Spray. Verleiht dem Haar Glanz, Pflege, Geschmeidigkeit für mehr Haarfülle und voluminöse Styles mit Hitzeschutz bis 210 Grad. Da steht zwar drauf extra starker und flexibler Halt, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Für meine Haare ist es gut und für eine leichte Frisur auch. Aber wenn ich jetzt einen festen, festen Zopf haben will, ist der auf jeden Fall definitiv zu leicht. Da gibt es dann noch und noch ein bisschen stärkere. Aber so erstens vom Geruch ist er sehr angenehm und zweitens so vom Halt passt es vollkommen. Sollte jetzt gerade kein Unwetter draußen sein, aber... Genau, also mein Haar-Spray. ... Das war's für heute. Balea Professionals Hair Spray, ja meine Süßen und das war's dann eigentlich auch schon. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, die tue ich ab und an mal rein, aber das ist echt nicht oft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und zwar ist das, wenn ihr einen Zopf macht, dann gibt es ja mit einer Weile schon diese Haarkleber. Die sehen dann aus wie so Wimpernduschen und die können wir sich dann auch richtig reintun. Da habe ich auch einen, aber ich muss sagen, den nutze ich so selten, weil wenn ich den reintue, dann muss ich wirklich am nächsten Tag Haare waschen, weil den kriegt man nicht mehr so schön raus. Und dann sind die Haare so richtig steif und man kann eigentlich nichts mehr mit denen machen. Genau. Und ansonsten, ja, hoffe ich, es hat euch wieder mal gefallen. Ich hoffe, es hat euch entspannt. Ich hoffe, ihr könnt jetzt richtig schön schlafen und, ja, ich wünsche euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.